und herzlich willkommen auf den klasse und heute schon mal wieder wie hier sehen kann eine runde hausflitter legen auch dringend los ich habe hier ein auftrag was für eine gator und morgen ich habe dir schon mal einen job gegeben daher erwarte ich einen kunden rabatt meine ex frau hat ein paar teure änderungen angefordert und ich muss mich jetzt darum kümmern es liegt viel nutzloser müll herum wie zum beispiel geschirr verkaufe die lampe ich will ein ich will kein geld für strom ausgehen herzen reichen gleiches gilt für die heizung das kostet nur mehr geld ich bezahle nur was ich angefordert habe kümmere dich und was mache dich auch um den weihnachtsbaum hinter meinen neffel weiß gott hoch achtungsvoll eben wenn es ja den nachnamen nicht jetzt nicht weil ich habe keine ahnung was der heißt übrigens einer auf meinem disco server hat den server geboostet grüße gehen an ghost heraus erst mal gerne liebe da der hat mein disco server geboostet und ja wenn ihr auch gerne in den videos gegrüßt werden wollt den disco server einfach und dann werdet ihr auch in den disco server in den youtube videos erwähnt perfekt und let's go ich muss etwas trinken so gehen wir hier mal so wir sollen gehen schon verkaufen tv noch irgendwas ging schon verkaufen die heißung soll anscheinend auch weg hier auch noch und die lampen die sind auch wandlampe halb rohend hier rohend leuchten mit kugeln ach hier ist noch einer so jetzt reinige die verschmutzung hier ist schmutz wo sollen hier noch schmutz sein 42 prozent 85 prozent habe ich jetzt hier ist nichts oder was soll denn hier noch schmutzig sein die sind alle sauber ok 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 über machen wir einfach gehen schon erstmal kaufen so ein sofa stellen wir natürlich hier hin so wand was so 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 ja wirklich einfach modell jetzt wird hier irgendwie nur noch diese verschmutzung aber hier ist ja nichts aha und hier der hier wahrscheinlich aha gut haben wir das auch doch machen wir hier mal die küche in tisch nicht in ohne ja ja nicht den auch nicht kronleuchter mit kugel jetzt haben wir alles verkauft so gut jetzt haben wir hier kaufen ein gas herz hier kann der schrank moment mal warum soll denn hier jetzt nicht rein aber in dem wohnzimmer nicht egal karte zimmer gegenstand verkauft handleuchter hier stück und hier perfekte gehen wir mal hoch uiuiuiui gegenstand verkaufen große heizung ist denn hier eine heizung so und land das ist jetzt verkaufen nicht auch nicht wandlampe und und da die gut heller hier der hier okay hier irgendwie schmutz ja da gegenstand kaufen kronleuchter herzen meh wenn wir eine hier drauf stellen sondern eine auf der seite und haben wir ja eigentlich alles richtig dann müssen wir hier noch machen hier stand verkauft wandlampe und dort zwei oder was ein ein schranken in 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 hier so hülschrank oder was ist das irgendwo ein Fenster ja da perfekt das ist geil das sind so schiebetüren ich muss ja sagen schiebetüren beim schrank sind schon geil ne hier so haben haut rein euer sandro tschau tschau schau 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 schau